Hey! Spring rein! Was? Spring rein. Ich wohne hier gleich um die Ecke. Und du fährst mit dem Auto? Was? An den Stickoxiden von Dieselmotoren sterben jedes Jahr 107.000 Menschen. Aber das ist ein Benziner! 107.000 Leute, weißt du was das bedeutet? Es gibt 300.000 Autounfälle jedes Jahr. Gibt jeden Monat mehr als 200 Verkehrstote. Und der Feinstaub. Der geht direkt in die Branche! Aber... Die Autolobby verarscht uns alle! Aber was soll ich denn machen? Abend! 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 Abend!